Und dazwischen speicher ich auch mal kurz speichern, das da glaube ich, ja, ja, und am Datum sehe ich zwischen dieser und der letzten Aufnahme liegen viel, ja sagen wir viel, dass ich nicht nachschauen muss, was genau. Ähm, ich würde tippen auf 22 Tage, ja, und das ist eher tagsüber, als abends wieder, ganz noch erst, ja, mittags, wird schon eher hinhauen. Okay, gut, dann zeigt mir es eben nicht. Jetzt muss ich so viel Zeug aufbauen. Da ist der Bauplatz. Rein mit dir. Das ist natürlich auch hierher. Nächste Eingriffswelle kommt bestimmt. Zu den Äxten, Zwergen. Unsere Stadt wird größer. Ja, alle Hände voll zu tun. Baut mit Zwergengeschick. Wir haben die Kaserne erweitert. Gut, dann bauen wir nach hierher ein. Lasst uns bauen. Baumaterial. Tunnelgang, hier hinten, hier war ein Baum. Baumaterial ist unterwegs. Die Schmiede erweitern wir. Die Kaserne sagt, ihr habt die erweitert. Wir haben die Schmiede erweitert. Nochmal erweitert. Gut, dann die hier auch. Badellion 3 bringt es schon mal in Position. Badellion 1. Naja. Ihr hier unten. Wenige Sekunden. Zu den Äxten, Zwerge. Die Angriffe starten. Los, Selbstzerstörungsgeschäft. Die zweite Angriffswelle naht. Gut, gut. Selbstzerstörungsgeschäft. Direkt runter. Direkt zu. Ich lockere nur meine Arme. Was liegt an? Nächstes Schiff. Hier hat was überlebt. Sie greifen schon wieder an. Die Korsaren-Schiffe haben tödliche Belagerungsgeräte an Bord. Hier, zerstört. Gut, gut. Wir müssen uns der neuen Bedrohung stellen. Baut Belagerungsschiffe, um sie zurückzuwerfen. Das haben wir gut getan. Baut Belagerungsschiffe. Baut Elfen Belagerungsschiffe. Das können wir da machen. Die sind sau teuer. Die geschmiedeten Klingen sind bereit. Gut, also ihr. Und ihr alle. Die Zwergenexte. Teuer. Sehr teuer. Gut, dann schauen wir mal, was hier noch zu bauen gibt. Gut, überhaupt nichts. Wir haben die Kaserne erweitert. Besteht es mit der Schmiede Eregion? Kann auch ausgebaut werden. Es wird gekämpft. Er kriegt ja auch. Die letzte Angriffswelle rollt an. Zerschmettert die Gegner. Okay. Kein Elbentransporter. Ich will hier die Selbstzerstörungschefe. Gut, wir sollten Zeit haben. Werft die letzte Angriffswelle am Strand zurück. Gut, ähm, ja, das könnte knifflig werden. Naja. Wir können nicht noch mehr Soldaten führen. Was? Bogenschützen Lorentz. Macht euch bereit. Gut, dann scheinen wir das Truppenmaximum erreicht zu haben. Bereit? Beeilt euch. Wieder winz. Wir haben den Mithril-Panzer fertiggestellt. Axtschleuderer! Hier entlang Zwerge... Vier Bataillonen. Ah, 300. Uh. Das... Das sind... Das sind bedeutet mehr als vier Bataillonen. Das sind sechs. In dem Fall brauche ich doch ein bisschen mehr. Warten wir kurz. Warten wir kurz. Können wir aber auch keine Schiffe mehr bauen, oder? Wir können keine Schiffe mehr führen, natürlich nicht. Ich bin gleich fertig. Brechen wir ab. Ihr, euch kann ich irgendwie umwandeln. In eurer... Träge, oder? Malorentbäume irgendwo. Da. Festung. Gut, gut. Wir verwenden nur bestes Material. Ich bringe das Baumaterial. Keine Zeit mehr. Geht man alle in die Minen. Ich wollte nur kurz meine Augen entspannen. Ich hatte gerade nichts zu tun. Natürlich hattest du das nicht. Okay, wir bräuchten diese drei hier, aber... Oh Gott. Pff.